Die LaSportiva AstroPent ist eine Laufhose, die den technischen Anforderungen der leistungsorientierten Läufer im Wettkampf und im Training gerecht wird. Die Body Mapping Technik wird unterstützt durch das atmungsaktive Material und den Mesh Einsätzen im Rückenbereich und in den Kniekehlen. Die Laufhose sitzt dank ihres hohen Stretchanteils wie eine zweite Haut und schränkt dich bei deinen Bewegungen nicht ein. Für deine Schlüssel oder Gels findest du auf der Rückseite eine Tasche mit Reißverschluss. An den Hosenbeinenden wurden kratzfeste Verstärkung und unterlegte Reißverschlüsse angebracht. Die verschiedenen Reflektoren wurden so platziert, dass du bei Nachtläufen von allen Seiten wahrgenommen wirst. Die Hose wurde mit dem Blue Sign Siegel ausgestattet, das bedeutet, sie wurde umweltfreundlich produziert. Wer mit der LaSportiva AstroPent im Wald, in den Bergen oder in der Stadt unterwegs ist, kann sich auf ein leichtes und lockeres Laufgefühl freuen. Wenn auch du daran Spaß hast, komm in deine Runners Point Filiale oder bestell sie direkt bei uns im Online-Shop unter Runnerspoint.com